Viele Gefahren für unsere Uhren sind bekannt. Kratzer, Wasser, Stöße. Alles das kann man sehen und beeinflussen, aber es gibt auch eine unsichtbare Gefahr und das ist der Magnetismus. Manche Uhrenherstellern begegnen dieser Gefahr mit speziellen Modellen und um die geht es in diesem Video. Hallo und willkommen bei WatchMax's Uhrenvideos. Mein Name ist Axel und ich freue mich, dass du wieder reingeklickt hast. Heute geht es um Magnetismus bei Uhren bzw. um 5 deutsche Uhrenmarken, die spezielle Modelle herausgebracht haben, um dem Magnetismus entgegenzuwirken durch speziell geschützte Modelle, die gegen magnetische Felder weniger empfindlicher sind und resistenter sind. Bevor wir zu den einzelnen Modellen kommen, noch ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Falls du meinen Kanal noch nicht abonniert hast, ist mir das persönlich relativ egal, weil ich mache meine Videos aus Spaß an der Freude und wenn sie dir gefallen, gefallen sie dir, ob du abonniert hast oder nicht. Aber YouTube ist das nicht ganz egal. Je mehr Leute meinen Kanal abonniert haben, umso mehr Leuten werden meine Videos angezeigt und das freut mich natürlich. Ich habe da nicht wirklich etwas von, aber natürlich ist es eine gewisse Art der Anerkennung und du kannst mich unterstützen, indem du meinen Kanal abonnierst, einen Daumen nach oben dalässt, falls noch nicht geschehen. Und jetzt kommt es direkt zu den entsprechenden Uhren. Die erste Marke, mit der ich beginnen möchte, ist SIN. SIN hat, ich habe hier die SIN eigene Produktsuche genutzt, insgesamt 18 Modelle, 18 Modelle, die eine ausgeprägte und dedizierte Magnetfeldschutztechnologie in die Uhr eingebaut haben. Üblicherweise passiert das durch einen Weicheisenkäfig, der die Uhren gegen magnetische Felder und magnetische Einflüsse schützt. Die Uhren haben in der Regel keinen Glasboden, weil ein Stahlboden hier besser geeignet ist. Man sieht sowieso nichts durch den Weicheisenkäfig. Die Uhren haben kein oder nur ein sehr kleines Datum, sind in der Regel etwas höher, etwas schwerer, weil eben dieser zusätzliche Schutz im Gehäuse Platz finden muss. Während ich hier spreche, habe ich euch mal ein kleines Video von der Webseite durchlaufen lassen mit den 18 Modellen. Ich möchte mich jetzt aber nur auf ein Modell von SIN konzentrieren. Und hier namentlich, jetzt muss ich mal kurz bei mir selbst ein bisschen blättern, um das Modell zu finden. Ich möchte mich beschränken auf den SIN EZM 3, eine Uhr, die, wie ich finde, ein unglaublich gutes Preis-Leistungs-Verhältnis hat. Es ist eine Taucheruhr von SIN aus der Einsatzzeitmesser-Reihe. 500 Meter wasserdicht, kostet am Lederband 1590 Euro, beziehungsweise am Massivband 1790 Euro und ist für mich wirklich eine Uhr, die ein unglaublich gutes Preis-Leistungs-Verhältnis hat, weil SIN hier mehrere Technologien eingebaut hat. Nehmen wir zum Beispiel die Magnetfeld-Schutz-Technologie, um die geht es in diesem Video. Sie hat aber auch die Temperaturresistenz-Technologie verbaut und die AR-Trockenhaltetechnik, also mehrere sinneigene Technologien in der Uhr, wirklich klasse. Mit einer Größe von 41 Millimetern ist sie auch sehr gut tragbar und ist trotz der hohen Wasserdichtigkeit von 500 Meter und dem Magnetfeld-Schutz insgesamt eine relativ flache Uhr geblieben mit 12,3 Millimetern Bauhöhe. Die Uhr wiegt 81 Gramm, hat eine Bandanstoßbeite von 20 Millimeter und verbaut ist ein ETA oder SELITA Standarduhrwerk. Das ist auch die einzige Uhr von, oder eine der ganz wenigen Uhren, von denen ich wirklich und aufrichtig bedauere, dass ich sie verkauft habe. Ich könnte mir vorstellen, dass diese Uhr tatsächlich irgendwann doch noch einmal den Weg zu mir findet, denn es ist einfach eine Uhr, die sich super angenehm trägt, sehr, sehr viel mitmacht und dazu nicht preislich komplett abgehoben ist, wie ich finde. Ja, das war also die erste Uhr, die ich zeigen wollte, mit speziellem Magnetfeld-Schutz. Kommen wir zur zweiten Uhr aus dem Bereich Magnetfeld-Schutz. Und hier haben wir die Guinan Flight Engineer. Die Guinan Flight Engineer ist eine typische Fliegeruhr, von dem Durchmesser her ähnlich dem EZM3 von SIN mit 40,6 Millimeter. Allerdings ist die Bauhöhe doch erkennbar höher mit 14,8. Der EZM3 ist eine, soweit ich es weiß, der flachesten Uhren mit Magnetfeld-Schutz. Üblicherweise würde ich etwas im Bereich von 13,5, 14, 14,5 Millimeter erwarten. Insofern ist die Flight Engineer mit der zweiseitig drehbaren, nicht klickenden Lünette absolut im Rahmen. Und das würde ich so auch allgemein erwarten, weil der Weicheisenkäfig einfach Platz annimmt. Die Uhr hat eine Wasserdichtigkeit von 200 Meter. Ein Bandanstoß von 20 Millimeter. Verbaut ist ein ETA- oder SELITA-Werk. Saphir-Glas. Alles das, was man auch erwarten kann. Ich persönlich habe diese Uhr in einer etwas anderen Variante. Nicht mit dem satinierten Gehäuse, sondern mit einem perlgestrahlten Gehäuse. Von der Uhr gibt es, glaube ich, nur maximal zehn Stück. Insofern kann ich aber bestätigen, die Uhr trägt sich sehr angenehm und die Bauhöhe stört nicht wirklich. Sie leuchtet dafür extrem gut, extrem lang, extrem hell. Die Uhr mag ich wirklich sehr. Am Ledermann kostet die Uhr 1479 Euro und ist damit auch in einem Preisrahmen, den man durchaus schon einmal ausgeben kann, wenn man auf den Magnetfeldschutz Wert legt. Denn den liefert natürlich diese Uhr auch, denn darum geht es ja in diesen Videos. Die dritte Uhr, die ich euch zeigen möchte, ist von Archimede. Archimede hat mit der Outdoor Protect vor vielen Jahren schon eine Uhr gebracht, die speziell für den Outdoor-Bereich konzipiert wurde. In einer 39 Millimeter-Version. Etwas später wurde die 41 Millimeter-Version nachgelegt und die hat einen Magnetfeldschutz. Das ist also die Outdoor 41 Anti-Mag. Die Uhr hat sowohl in einer Stahl- als auch in einer Titan-Variante gibt. Ich zeige euch hier die Stahl-Variante. Die Uhr hat einen Durchmesser ohne Krone von 41,3 Millimeter und eine Bauhöhe von 11,2 Millimeter. Und das ist ein absoluter Knaller. Damit ist sie sogar noch etwas flacher als der EZM3 von SYN. Trägt sich wahnsinnig angenehm. Man merkt überhaupt nicht, dass da ein Weicheisenkäfig drin ist, der die Uhr größer oder schwerer macht. Super gemacht von Archimede. Gefällt mir wirklich, wirklich gut. Bandanstoß sind 20 Millimeter. Und die Uhr kostet am Stahlband 1.100 Euro. Ist damit im Mittelfeld der Uhren, die ich euch heute zeige. Die Titan-Variante ist, glaube ich, etwas teurer. Das weiß ich auswendig nicht. Verbaut ist auch hier ein Schweizer Standardwerk. Kein Manufakturwerk. Kann man bei dem Preis auch nicht wirklich erwarten. Leuchtet sehr gut, sehr helle und die Gehäuseform trägt sich für mich extrem angenehm. Auch mit Lederbändern sieht die Uhr klasse aus. Gehört tatsächlich zu den Uhren, die ich häufig und gerne trage. Und ist auch ein Keeper in meiner Sammlung. Tatsächlich eine Uhr, die einen Magnetfeldschutz hat. Und mit einem Preis von 838 Euro ist sie am unteren Ende der Skala dessen, was ich euch heute zeigen möchte. Die Uhr hat einen Magnetfeldschutz, klar, sonst wäre sie nicht in diesem Video. Hat einen Durchmesser von 40 Millimeter, eine Bauhöhe von 13,8. Also das, was ich auch üblicherweise erwarten würde bei einem Magnetfeldschutz. Und eine Wasserdichtigkeit von 300 Meter. Ich habe schon einige Marcello C in der Hand gehabt und kann sagen, die Uhren sind wirklich gut gemacht. Sind ihren Preis allemal wert. Und mit einer Uhr, die ein Schweizer Standardwerk hat, Saphirglas, wasserdicht, Magnetfeldschutz, habt ihr eine Uhr, die euch wahrscheinlich ein Leben lang Freude machen kann. Und die ihr höchstwahrscheinlich sogar bei guter Pflege entsprechend auch noch vererben könnt. Die letzte Uhr, die ich euch zeigen möchte bei den Uhren mit Magnetfeldschutz, ist die LACO Frankfurt GMT. Ich habe sie selber, ich habe sie auch schon eine ganze Zeit lang. Und muss gestehen, ich persönlich hatte überhaupt nicht auf dem Radar, dass diese Uhr auch einen Magnetfeldschutz hatte. Als ich die Hintergrundarbeit und die Details zusammengesucht habe für dieses Video, ist mir die so über den Weg gelaufen und habe gedacht, ach guck, die hat tatsächlich einen Magnetfeldschutz. Hat mich ziemlich überrascht, hat mich gefreut. Daran merkt ihr, dass ich da nicht ganz so viel Wert drauf lege. Aber es ist schön zu wissen, dass die Uhr es hat. Die Uhr kommt, wenn man sie kauft, mit zwei verschiedenen Bändern. Einmal das Segeltuchband, was ihr hier seht. Und ein farbiges zweigeteiltes Natroband, was dann farblich etwas anders wirkt und die Uhr etwas sportlicher macht. Das Ganze gibt es für einen Preis von 1.650 Euro Liste. Wenn man ein kleines bisschen guckt und bei Juwelieren einmal fragt, kann es auch sein, dass man 150 bis 200 Euro günstiger an diese Uhr kommt. Verbaut ist ein Schweizer Uhrwerk in der Elaboré-Version. Die Uhr hat einen Durchmesser von 43 mm, trägt sich aber trotz der Größe sehr angenehm, auch an meinen etwas schmaleren Armen, hat 200 Meter Wasserdichtigkeit und eine Bauhöhe von 12,5 mm. Die Uhr ist bis 200 Meter wasserdichtig gesagt und hat einen Horn-zu-Horn-Abstand von 50 mm. Die Uhr gibt es neben der hier gezeigten grauen Version, auch in einer schwarzen Version. Persönlich finde ich die graue Version aber etwas ansprechender, weil es einfach einen neuen Aspekt, eine neue Nuance in die Sammlung packt. Schwarze Uhren habe ich relativ viel, helle Uhren habe ich relativ viel, aber diese graue Variante auch in Kombination mit den orangenen Farbakzenten fand ich sehr, sehr ansprechend. Eine tolle Uhr in einem sehr eigenständigen Design, eine komplett neue Interpretation der Fliegeruhren. Wie gesagt, ich mag sie sehr, ich habe sie und ich gebe sie auch so schnell nicht wieder her. Wenn ihr keine Uhr mit Magnetfeldschutz habt, aber fürchtet, dass eure Uhren Kontakt mit magnetischen Feldern hatten, wenn sich der Gang verändert hat und ihr das vielleicht selber reparieren müsst, braucht ihr nicht zum Uhrmach zu gehen, das könnt ihr selber machen. Unten in der Videobeschreibung verlinke ich euch ein kleines, nicht zu teures Tool, mit dem ihr eure Uhren selber von Magnetfeldern befreien könnt. Und wenn ihr den Link nutzt, unterstützt ihr meinen Kanal, kostet für euch nicht mehr. Und hier oder da, also irgendwo hier, verlinke ich euch auch ein Video, wie dieses Tool anzuwenden ist. Bleibt gesund, erfreut euch an euren Uhren und freut euch auf meine nächsten Videos. Bis dahin, tschüss, euer Axel. Bis dahin, tschüss.